so liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play far cry party wollten eigentlich uns mittlerweile schon mit wir müssen eigentlich schon wieder oder wollen uns mit dem boss kümmern aber geh mich auf den sack er war happy komm her miss sie komm her ich brauch dich unbedingt was mir gerade aufgefallen ist dass wir komplett kalt sind ja und fall am besten runter und verreckt du sack alter das kann doch nicht sein wir sind auch nur so blöd und verrecken den kack verrecken eigentlich war das ganz anders geplant aber nein müssen ja doch irgendwie so ein fall wie geil ist das denn also einfach kurz vor ihm runter gefallen und verreckt sind schwierig für den so zu kriegen ja gut das mache ich noch mal wieder was ist das denn was wird was wird was wird Was ist das? ich wusste schon mal ein bisschen damit ich mich wärmen kann also gegner der genieuren gerufen ist jetzt wieder ein bisschen wärmen das ist ja Pfeilansinn geh mal drauf da geh mal da drauf oh nein bitte nicht viele da runter fallen jetzt geht das wieder los was geht das hier fuck da nicht ab alter das ist jetzt alles nervt mich doch nicht alle gleichzeitig sie treffen aber auch funk genau oh man ey sie treffen aber auch die ganze zeit mit ihren scheiß dinger an der hand ne sie nerven mich gerade so ein bisschen die ganze zeit nur drauf 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 wenn sie schwierigkeit sehr schwer klar scheiß alter ja ja jetzt guck mal mal party ich hab nur sieben dinger noch ne scheiß alter ja ich hab das ist also zu früh ich würde sie gerne holen aber die frage ist wie kriege ich die jetzt da hin alter ich hab ja wirklich glaub ich hab kein level oder so ne angezeigt sondern einfach nur die ganzen erfahrungspunkte also mein level glaub ich gibt's kein ey speziell kein scheiß alter wie krieg ich die denn down das ist das problem an der sache da ist ja irgendwo der ist ja der boss ich war bestellte tatsächlich oder wir könnten versuchen warte mal da hoch komme ich nicht ne bis da hoch weil wenn ich mir das lager mal kurz angucken und wir schaffen vielleicht sogar den boss wegzusnacken woher immer noch die die sind sind die Scheiße, die Eule ist natürlich jetzt. Ich kriege die, glaube ich, nicht so hoch. Also, ich meine, es sind ja, irgendwie habe ich das Gefühl, das sind nicht so viele. Ich muss diesen komischen Hai niederholen mit dem Horn. Aber wenn der nämlich weg ist, dann habe ich zumindest die Möglichkeit, den Gegner wegzukriegen. Ach, Scheiße, ich kriege die nicht komplett. Ich kriege die Eule nicht dahin, dass ich die habe, dass ich die mir nicht angreifen kann. Es sind einige, ich sehe es gerade. Was hattest du eigentlich nicht verstanden daran, dass ich dich entsenden möchte, lieber was, äh, liebe Stings. Ich meine, wichtig wäre ja erstmal... Wichtig wäre ja eigentlich erstmal der Dings... Der, äh... Dieser komische Tröten-Heini. Der wäre erstmal sehr wichtig. Ich frage, jetzt kann ich mich da ranschleichen und die mit dem Takedown alle zecken. Ohne, dass ich komplett gesehen werde. Das wäre mir das Liebste eigentlich tatsächlich sogar. Und an zehn Minuten, aber... Ich verraue mir das... Ich versuche es... Ich versuche es, dass wir nicht genau hier... Und dann noch ein paar... Jetzt ist es, dass wir wirklich hier... Im Moment haben wir... Wir brauchen die Davos Schwerke. Wir brauchen die Zwarke. Wir brauchen die Zwarke. Die Zwarke. Das war ja auch. Wir brauchen die Zwarke. Den ersten habe ich schon mal, der mir jetzt schon mal keine Sorgen mehr macht. Ich meine, umso weniger Nachschub, die sie holen können. Einer von denen ist ja alleine, ne? Ich würde mir gegen den hier holen, das wäre mir das liebste erstmal. Das war's. Was ist das? Geh mir doch, Sack, Alter, mit deinem Scheiß, ey. Scheiße. Das ist gegen eine Neon gerufen, das ist natürlich nicht so die beste Idee. Ah, Scheiße. Letzter Pfeil. Komm her. Na geil, wenn man gar keine Waffe mehr hat. Neck mich doch am Arsch, Alter. Ja, ich hatte ziemlich einige Down und dann kommen sie. Nein, 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 sie müssen sich wieder töten. Ich befürchte aber nicht, dass ich die ja wirklich alle snacken muss, sondern ich brauche nur eigentlich das oberste Ziel da unten zu holen, oder? Habe ich das Gefühl. Warte mal. Ich meine, es gibt ja eins hier, was da hinten auf der Map ist, ne? Ein grünes. Und ich habe das Gefühl, dass es genau der ist. Das ist nicht nur das. Vielen Dank.